Koch? Ich komme gerade von direkt aus dem Seminar-Hotel in der Lehne. Ah, der zählt. Okay. So, es ist 40. Mail nimmt auch schon Platz. Hoppala. Pardon, das war nicht absichtlich. Das war unbeabsichtigt. So, es geht jetzt schon los. Fünf Minuten vor Beginn der Zeit. Oder vier. Oder je nachdem, ob eure Uhr richtig geht oder falsch. Geht es jetzt los. Hier ist der junge Maid. Nimmt als erster Platz. Gegen Chris Brown. Da sind die beiden. Mach zuerst einen Button-Check. Zuerst wir mal einen Button-Check sehen. Erstes Match-Schnitt der Finals. Erstes Match-Schnitt der Finals. Erstes Match-Schnitt der Finals. Da drüben, bitte. The one who knocks, Phoenix Bartmann. The one who knocks, grüß dich. 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 Lässt dich grüßen. Okay. Es geht los. Erste Begegnung der Top 8 ist, wie schon tausendmal gesagt, Maeve gegen Chris Brown. Maeve auf Player 1. Chris Brown auf Player 2. Maeve gut sie ohne Head-Sits unterwegs. Scheiße nix. Bitte, bitte. Kein Problem. Ich weiß nicht, was Chris Brown macht. Was macht Chris Brown da? Da schaust du einen Sticker an. Nichts passiert. Du kannst auch F4 kommentieren, wenn du willst. Dann spielst du El Fuerte. Dann spielst du El Fuerte. Dann spielst du El Fuerte. Das ist der längste Button-Check der Welt. Dann spielst du ihn. Dann spielst du ihn. Dann spielst du ihn. Mach sie bitte zu. Es geht mal in den Zett rauf. Was? Es geht mal in den Zett rauf. Ach so. Deswegen? Ich will nur lesen, dass ich es klinge. Es geht mal in den Zett rauf. 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 Und jetzt gehts los. Erste Begegnung der Top 8 in SF4. und zwei bis hin. Mace mit Boxer. Chris Brown mit Evi Reel. So wie gestern. Wo hat vorwärts geredet? Jetzt nicht karsch. Binge nicht sicher. X-Kick. Chris Maeve hat nicht geblockt. Fokus-Trip, Low-Forward-Eggs-Tick, das war sicher nicht so gewollt. Da hat der gute Chris Brown was anderes vorgehabt. Dash-Punch, just out of range. Frisk wieder, guter Anzieher von Maeve. Und mit dem, ich weiß nicht, was passiert. Nein, nicht Stand-Trip. Low-Forward geleistet. Dash-Punch gefokust. Aber Schaden ist nur minimal. Turn-Around-Punch. Jack-Jack-Drop. X-Head-Part 6. Grid-Round lässt sich von zu viel Treffen im Moment. Also fast alles, was Maeve macht, richtig. Keine schlechte Defensive. Der setzt sich hier mit dem Cele-Ford. Und die erste Mühle gehen an Maeve. Chris Brown, nicht eines der stärksten Leistungen. Er hat doch einen Guy, den er pull-offen könnte. Wenn ich schon mal hier sitze, haben wir gedacht, ich kann ja mit dir reden, wenigstens. Das ist nicht immerhin. Ich hab's doch keine Ahnung. Oh shit, ich hab... Falsche hingefangen. So, das ist Maeve. Nichts passiert. Ist schon korrigiert? So, er nimmt seinen Guy. Mal sehen, ob er da gegen Boxer besser getraten hat. Weil mit ihm und Rio war das nichts. Also nicht sehr berühmt. Ich finde das selten Welt, wenn Spieler Charaktere wechseln, weil sie verlieren. Also ich finde es besser, dass sie ein bisschen nachdenken und schauen, was sie besser machen könnten. Wenn sie ihren Charakter. Servus, Kevin. Ja, Smash, Kevin. Was geht, was geht. Dein Trollen bei Marvel hat nicht gut funktioniert, ne? Er hat nämlich gesagt, Marvel ist ein Kinderspiel. Ach so. Ja. Sagt der Herr. Sagt der Herr, der hat ja ein Spiel, das ist von Nintendo gemacht. Merke Spiele, Kevin. Ist er schön. Ist er schön. Walk-Up-Pro von Maeve. Aber es sieht halt sehr süß aus. Ne, Chris. Chris findet einfach nicht, wie sein Spiel. Wahrscheinlich echter ist sogar zurück, weil zu mir ist laut. Ah, jetzt kommt der Tresher. Jetzt ist er... Nein. Ne, es klebt sich einfach raus. Hat Chris Brown ein paar Metals vorher gespielt? Nein, nein, nein. Nichts. Empty Jumping, Crouching Shot. Klassiker. Trieb fast immer. Kein Spaß. Oh, Yang chillt ihn wieder los. Er hat aber lange nicht gehört. Oh, hier unten. Auch ein bisschen. Ah, ich fett war zack noch Lock. Ja, oh. Schulter. Neckfocus. Komischen Move vom Guy. Warum habe ich keinen Ultra gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt keine Ahnung. Wie meint das in einem Kombo aus? J.F. Shoulder, dass der Ultra geht oder so? Boah, schau, wie sie die Ultra-Textur da gesprayt haben. Ich habe kaum meine, die sind hier investiert. Der Authentic Spray. Egal. Zurück zum Match. Im Moment. Sehr gut. Sehr gut. Gute Runde von Chris Brown ist das vielleicht die Wände, die er gebraucht hat. Perfekt tut ihm gut. Gute Kombo jetzt von Chris Brown. Guter Damage. Die Runde. Die Runde. Also wenn Maeve jetzt hier ist ein Orges Comeback. Ja, krank. Oh, Perfekt. Sehr gut. Also er holt sich nicht zurück. Aber zu mir ist der Match Point hat er mal abgewandt. Perfekt ist ein großer Boost. wieder auf dem Bestritt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr guter. Fertstrike, sehr guter Third Strike. andro Runde, nach dem Headbutt. Anti-Affrotus. Ich weiß nicht, ob das so schlug ist. Ich halte das für mich. Guter Block jetzt. Ja, 2-0 für Mech. Das nächste Match ist ich gegen Eugenius. Eugenius, vielen Dankeschön. Ich bin hier, ich hab keine Ahnung von der Spielfahrt. Ich hoffe, es kommt mal jemand, der ein bisschen mehr Ahnung von der Spiel hat. Eugenius! Wie gesagt, wir sehen jetzt Eugenius gegen Nosarex. Nino? Bitte, ja. Ich sitz da, ich hab keine Ahnung von dem Kommentieren. Also, wenn jemand kommentieren möchte, hat mir gerne, ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Ja, Struck. Leute, ich rede nur Schwachsinn. Mr. Brown? Oh ja, Smash Kevin. What up? Hallo, K. Brown hier. Zusammen mit Nino, aber Nino hab ich gehört, will jetzt gehen. Wie du das hörst? Komm her, du Esel, ich geb dir gleich. Wuhu. See you. Struck, Joint P. Joint P. Joint P. Wie ist das? Hä? Deutsch, Deutsch. Warte, ich schicke dir gleich den Link zu den Brackets. Das mag ich nicht, wenn du kommst jetzt in die Finalrunde. Hast einen Tag Barsel. Und ich hab jetzt nicht gespielt und jetzt das erste Match gleich. Das ist immer zart. Aber es war okay, es war ein gutes Match. Ja. Und jetzt haben wir Eugenius gegen Nosarex. Ich bin echt gespannt, weil ich hab Eugenius noch nicht so viel Spielen gesehen. Er war zwar einmal da vor zwei Jahren, aber seitdem ist auch wieder viel passiert. Ja, ich wollte gerade sagen, er ist etwas besser geworden. Ja, ja, etwas. Er war früher schon stark hierher gekommen. Ja. Also, ganz ehrlich, Niergosch überrascht mich ein bisschen, dass er jetzt hier irgendwie das Intervent. Ja, schau, die unterschätzen das. Niergosch kann spielen. Ja, ja, klar. Trotzdem, es ist halt bei den Leuten, die hier sind. Ja. Es ist natürlich auch ein Bracket-Glück. Also, ich habe auch ein gutes Bracket erwischt. Sonst wäre ich vielleicht auch nicht so weit gekommen. Ja, Seeding war random. Trotzdem, bin gespannt. Ich glaube nicht, dass Eugenius wie ein Online-Wegel spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Deswegen bin ich echt gespannt drauf. Weil man trifft solche, also gute Wegespieler sehr selten eigentlich. Ja. Und die Charaktären können auch gut gespielt beide sehr stark frustrieren. Ja, ja. Aber wie Noserex immer sagt, er macht einfach seine Schoko-Basics. Ja. Wir werden sehen, ob das reicht. Ja. Ja. Weil die Möcker ist definitiv gut, sind ja verbrengt. Safe-Jump. Ja. Safe-Jump. Safe-Jump-Block, aber Edon hat mehr Flowing. Ja. Boah. Das war gutes Timing. Vega hat doch einen sehr, sehr starken Kara-Wurf. Ja. Das darf man nicht vergessen. Den er vor allem mit Cosmic Hill fähren kann er so. Und das zu drücken ist nicht immer gut, wie man es gerade gesehen hat. Ja, eben. Man muss auf eine Range den Kara-Trau drücken. Oder den Tag drücken, wo ein normaler Throw gar nicht erst trippt. Ja, ja. Er ist fast so schlimm wie vor dem Kent, der Kara-Wurf von Vega. Ja, aber ich finde, durch dieses Mix-up mit dem Cosmic Hill ist das noch mal viel schlimmer. Oh, sehr schön. Er hat aber keinen Charge, um den Kommen weiter zu zählen. Das war ein schöner Challenge mit ihm. Ja, das stimmt, ja. Aber er hat immer einen Show-Yo geladen. Das habe ich ihm vorher gesagt. Er muss auf das auch passen, aufs Reinspringen. Ja. Weil er springt gerne. Und Ultra-2 ist sehr gut als Handgeher. So kannst du sehr gut verwenden. Ja, Edon ist ja auch so ein Charakter, der etwas sehr auf den Hälften ist. Weil er nicht so sehr viel jährlen kann. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja. 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 Wir haben hier eigentlich keine Wege für. Da tut es sich schwer und da hat Eugenie auch noch den Vorteil, dass er mir vorher erzählt hat, er lernt gerade selbst Ardon. Also vom Wissen her ist Eugenie in diesem Match einfach ein Vorteil. Ah, Instant Overhead. Ich glaube nicht, dass es nochmal funktioniert. Nein, nein. Es ist was Königsmixer. Es funktioniert zu 100% beim ersten Mal. Dieser Wurf, dieser Karawurf, der ist echt... Der wird ihn jetzt wieder in die Situation primär genommen und lässt ihn einfach raten. Was trickt Vega eigentlich für einen Hut? Das tut mir so weh in den Augen. Ich habe gerade gehört, dass der Hut von Rose geklaut worden ist. Was nehmen wir dazu zu sagen? Ich kann gerade sagen, Eugene ist gar nicht vertreten. Dann hat es schwer reinzukommen. Noserex, ein bisschen... Und man sieht ein wenig Radlix, ja? Ja, das trifft sehr gut, glaube ich. Ich glaube, der Trick an der Stelle wäre, sich gar nicht auf das Strom einzulassen, sondern zu springen. Ja, du musst... Egal was für einen Knockdown, du bekommst gegen Vega, du musst ihn einfach crashen. Er hat nicht so viele Defensive Optionen. Sehr schön. Und raus geht's super. Ich war da eher japanisch. Oh, diese Karawürfe. Ich habe gewusst, dass er ihm ein Super zurückgeben wird. 2-0 Eugenius. Das war aber bei weitem nicht so deutlich wie es erwartet hat. Nein, nein, überhaupt nicht. Im zweiten Match hat es sehr gut ausgeschaut. Also es hat ziemlich ausgeglichen ausgeschaut, meiner Meinung nach. Schade. Magst du übernehmen? Geh vielleicht dann raus. Können wir wieder wie gestern sagen, dass alle rein sollen. Das ist denke ich geiler. Okay Leute, wir transportieren, wir machen gerade einen Menschen-Transfer. Es geht gleich weiter. Ich lasse Noserex wieder ans Maik und bis später. Wir müssen den Hype konzentrieren auf den Ebenen. Komański! 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 Schauen wir, was wir zusammen haben. Nein, eine gute Sache! Komański! So! Hier bin ich wieder, nachdem ich gerade verloren habe. Trotzdem gut gespielt, muss man sagen. Trotzdem gut gespielt, finde ich. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Komański jetzt war das. Ja, Komański. Nein, das ist... Ich schreibe... Ach so. Ich schreibe mal... Ach so, ach so. So, Josh gegen... Wie heißt der noch? Koranński. Ich schaue auf den Bracket. Ja, das ist natürlich... Koranński, egal. Du könntest auch das Fragezeichen-Pick ins Hausgefühl. Echt? Genau. Jetzt ist die Schrift. So! Ja, Feeding ist random. Außer, dass die Deutschen sich nicht möglichst lieb in der ersten Runde gegen einen gespielt haben. So, Button-Check noch immer. Ich glaube, jetzt passt's. Beide sind zufrieden mit ihren Buttons. Ja. Mal schauen, was Josh spielt. Könnte Zagat, Goku oder Eleanor spielen. Ja? Konński habe ich hauptsächlich Rose spielen bisher. Wen? Konński hauptsächlich Rose bisher. Ah, okay. Ok. Wollte ich noch ein paar Diebschen? Ich denke, Josh wird Eleanor spielen. Ja? Oder? Ok. Ok. Gegen Rose. Ok. Ok. Gegen Rose. ok ist da eigentlich also mensch hat sich auch die bessere wahl ja er kann nach dem rauch wie im panisch sind leitlich rücken und er will mit leitvergleichen kann damit wie dem krieg dazu kann also eine box wenn er sich so dass er natürlich daneben und schauen ob das kann und weiß aber gegen die erste kombo sitzt bei josh wovor bei der ex hat er definitiv die kontrolle bei mir ist er jetzt fast alle zeige jetzt muss er vor den langen kommen Das war generell ein sehr schöner Exchange, glaube ich, von beiden Seiten. Ja, aber als Herzen für Goke in dem Match sind fast kritisch, weil Rose-Effekten kommt. Habt ihr mal Rose-Pom gespielt? Ja, ja, Rose-Ball, klar. Endlich fackt sich auch Van Mane aus. Anscheinend ist Goke Van Mane und hat die ganze Zeit nur den anderen gepickt. Und Grau ist im gleichen Grund, warum du Probleme gegen den Klau hattest. Und das Wettbewerb, den ich kennt, ist immer sehr schwierig. Rose spielt ja auch schon ziemlich lang. Oh, nice, nice, sweet! Sehr schön, 1-0 für Josh. Comeback, comeback! Das war eine Optionsauswahl. Eine Optionauswahl, ja. Pardon. Zweierwahl, guter Weißgrößer. Das ist auch ein schöner Terminus, finde ich. Zweierwahl. Auch wenn es wahrscheinlich mehr Optionen abdreht auf den Big Dash. Ja. Aber ja. Der verzögert Halt, dann wird es später sehen. Der gute Delayed Halt, ja. Eigentlich hat der Korolanski es schon, er hat es schon fast gehabt. Ja, er hat es gerochen. Aber ja. Oh, last perfect. Noch schön Meter bauen. Oh, finish nicht off, aber das Perfect lässt er sich nicht mehr nehmen. Ja. Ja. Matchpoint, Matchpoint für Josh. Ja. Siebenflip. Aus dem Dill raus, kurz übergeworfen worden. Unter 6. Unter Land 4. Die Korolanskontrollgrad ist echt zu weh. Wenn er den Meter um rauszukommen hat auch, ist er nötig. Gut, halt. Ah. Ja, Dash. Ja. Keine Opa. Jetzt aber. Der Beirut kippt er noch hin. Hopp, Todespass. Todespass. Hat noch. Sieht nicht gut aus. Oh, wow. Oh, wow. Oh, sorry. Das war er schon wieder da. Ja, ja. Ich hätte was gedrückt, wenn ich wüsste. Das ist der zweite Hit-Drift, ja. Vielleicht hätte es auch getroffen. Wenn... Ja, man weiß nicht, wer solche Gimmings auspackt, der spielt auch im Rennen. Man muss auch groß spielen können. Ja, auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall wichtig. Ja, vor allem muss man auch als Gegner die mentale Stärke haben, da nichts zu drücken. Ja. Und zu wissen, ich könnte panischen, aber das kann. Schöner, schöner Switch. Guter Techer. Der Oberhead war ja Haskell weg. Und, und, ja. Ends, Ends. Ja, und genau das, was Josch ihn gerade hat machen lassen wollen, nämlich den Klopf drücken. Das hat Josch gerade selber getan. Hat gar nicht die Wunde verloren. Aber jetzt kommt Elena. Jetzt kommt Elena? Ja, ich denke auch. Glaubt ihr? Ja, ja. Rudolf Sager. Ah, Elena ist das. Ja. Wirst du jetzt alle tun? Ja. Ja. Sag's dem Tigre. Tigre! Ich hab' das Wettbewerb, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Ich bin gespannt. Healing. Ja, es gibt ein T-Shirt wegen seiner Elena. Von Bayern Braille. Seine Mettles sind verbracht worden sehr heiß. Okay. Wir haben alle Healing gebrüllt, der ganze Raum. Healing. Healing. Ja. Auf dem T-Shirt steht Hashtag Healing. Ein Teamstück. Vielleicht sollten wir solche mit Crouching Strong machen. Okay. Wir werden definitiv durchsack mit Sachsen machen. Ja, der Jock läuft im Moment in alles rein. Das ist nicht gut. So, jetzt. Das ist nicht gut. Das ist ein T-Shirt. Oh, und Kualantri kann nicht schnell genug hinzukommen. Hinkommen. Hinkommen. Das ist ein Malet-Mesh. 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 Ja, die Kombos sind. Ein guter Block. Malet-Mesh. 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 Oh, wow. Das war ja ... Der Move war auch schon ins Freth-Strike. Der war anfällig gegen so Slow-Moves. Is he in dem Gun. Obwohl sie eigentlich in der Luke sein sollte. Rhino-Hart. Für mich klar. Okay. Diesmal kommt er ran, aber kriegt es trotzdem. Deswegen lässt er es auch voll durchlaufen. Weil der Pfannschwende bekommt, lohnt sich. Sieht gut aus, nicht? Für euch bis jetzt. Der Backlash hat den Rund. Oh. Ja, die Hübschgründen sind da. Oh. Was der fuck? War wahrscheinlich Crowdcheck. War ein guter Zeitpunkt zum Reinderschen. Matchpoint beide. So, Matchpoint für beide. Wer die Runde holt, hat's. Jetzt eine Runde weiter. Sehr gut. Sehr stark, sehr stark. Der Mallet smash. Breakdance. Was? Der Mallet smash? Oh, das sieht stark aus. Ja. Wahnsinn. Sehr stark, sehr stark. Jo Schultz 2-1. Aber ich glaub trotzdem, dass der Charakter nicht so viel ausgemacht hat. Wen sind wir als nächstes? Macho Man und Lunatic Soul. Macho Man und Lunatic Soul. Macho Man und Lunatic Soul sind die Nächsten. Zwei Deutsche treffen aufeinander. Ja. Macho Man und Lunatic Soul. Macho Man und Lunatic Soul. Ich hoffe, jemand holt sie. Macho Man und Lunatic Soul. 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 Ja. Die beiden kommen gleich. Bis dahin müsst ihr mich von Stuka anschauen. Hallo. 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 Macho Man und Lunatic Soul. Macho Man gegen Lunatic Soul. Das ist ein sehr harter Nick. Macho Man Mo eigentlich. Macho Man Mo eigentlich. Macho Man Mo eigentlich. Ach so. Ja. Macho Man Mo jetzt heißt. Muss alles seine korrektheit haben. Ja. Macho Man und Lunatic Soul. Ja. Ja. Wahrscheinlich Yang gegen Cody. Ziemlich sicher Yang gegen Cody. Das sind die beiden. Ja. Lunatic Soul aus München. Ziemlich junger Spieler. Gerade 18 geworden. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Ich wundere mich so. Ich bin gerade 18 geworden. Ein Pischling. Ja ein Pischling. Ich habe damals erinnern mich auch. Ich glaube ich von einem Jahr angefangen. Und ziemlich geneveilt heute. Okay. Hat sich ja sehr viel Skill und sehr viel Erfahrung angekauft. Durch Money Matches mit Josch und Ferringer und so. Okay. Und auch mit mir. Danke für die 10 Euro nochmal. Das sind die wichtigsten Erfahrungen. Die Matches wo sie wirklich zählen. Ja genau. Deswegen also. Weil wenn du 100 Casuals einfach so Casual spielst. Ich glaube du hast weniger davon als wenn du 10 seriösen spielst. Lieber 100 Mal um 10 Cent spielen. Ja. Alles gut. So. Los geht's. So ein Dix-Soul mit Cody. Ja. Guter Komodabel. Macho Man Mo. Low. Low Forward Trecker. Matchup. Jank Cody. Wie ist das? Ja. Ich würde sagen recht ausgeglichen. Aber Cody hat ein bisschen Probleme zu antilieren. Okay. Ja. Aber beide meinten am Anfang zu mir überziehen, dass sie recht konfident sind gegen den anderen. Achso. Ja. Von daher. Schauen wir mal. Aber die sind sehr ausgeglichen. Gute Blockdrinks von beiden Seiten. Ja. Keiner. Ja. Auf die richtige Ranges dieser Forward hat geht ja eigentlich gut. Sehr gut ist. Ach nicht so viel damage wegen Unterkomodouble. Ja. Habe ich übersehen, dass er Double hat. Schauen wir mal. Nice. Schöner Block. Ja. Das war auch recht offensichtlich. Da unten liegt sein Messer. Vielleicht gehört sich die letzte Abziehung. Man weiß es nicht. Wir rechnen mit dem Command. Ah. Den Crossup blockt er nicht. Dreck. Nein. Das war die Ultra. Das hat er gestern den ganzen Ape-Straker. Nice. Gut. Ja. Gazi. Gazi. Ja. Zu viele Bedenken. Ja. Nicht zu viel denken. Erste Runde geht, dann hast du mein Mo. Guter Anzi, ja? Sehr schön, sehr schön. Auch sehr gutes Basing von Mo, muss ich sagen. Ja. 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 Ja gut, die sind da auch. Ja, ist schnell. Ziemlich unkonventionell an der Stelle. Ich halte ein bisschen vom Anker zu machen. Fokus nicht gut, ja. FADC. Ja, FW Dreckers. Erstes Match geht der Macho, mein Mo. Was kannst du nicht? Das ist zu schwer. Hast du schon Charge-Spot-Tourn gelernt? Mit Urien? Liefchen? Ja, ich bin erlos in Chan-Li. Ach so, okay. Ja, Mei führt im Fest-Tournier Chan-Li-Spiel. Macht es sich ganz leicht mit dieser Wahl. Die Light-Kick-Wacken-Ticks machen die rechte Zahl für Spots-Tourn. Da war der Fett-Spray. Ein sehr gutes Pacing, wo du blockierst. Die Re-Corner-Kick-Wacken-Ticks schon wecker. Und da kann ich. Ja, sehr schön. Damit quasi wieder Corner-Carry. Ja, jetzt ist er selber immer wieder. Nimmst du den X-Meter, um wieder rauszukommen. Oh, nein! Dropped-Kick-Wacken-Ticks. Das wollte man da machen. Jetzt ist der Gäste. Nächste Gäste entscheidet. Oh, das hat nicht gekündigt. Das war's. Match-Point für Macho-Man. Smoke. Ja. Das war ziemlich low-key, der hat den Ruffian zu machen. Das Spiel generell gerade recht low-key und zeigt sich irgendwie so aus. Ja. Scheint auch jetzt kompletter Momentum übernommen zu haben. Ja. Mo hat die komplette Kontrolle. Ja. Ja. Die einzigen Hits, die... die... die Liking Ruffians. Vielleicht kann er sich mit dem Throw-It. Nicht wieder selbst ein Waker. Kommt nicht draus. Passt ja in den Spanisch. Okay. Der hat ziemlich viel in Wulver-Move. Kann das sein? Im Cody. Oh! Nein! Geht's sogar rein, um geschlagen zu werden! Das war trotzdem. Das war insgesamt sehr, dass es ganz gespielt und wo... ... hat sich öffnen lassen. Das war jetzt unnötig. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Du hast leider den Punish. Kann nicht nach dem Counter-Dive-Kick drum machen. Genau, ja. Oh! Cross-Up-Trieb. Mo beißt doch nicht auf die Frameworks. Ja. Dann nimmt er das Messer. Ja, hier ist sein Messer. Und die Runde geht an den Magic Soul. 1-1. Nach dem Argument, das ich den Matchball schon hatte. Das ist definitiv ein Confidence-Booster jetzt. Vor allem mit dem Messer und der Crowd-Fälte. A, B, C. Ja. Schauen wir mal. Yo, VR-Fist. What up? Mo will definitiv die Verkauf zurück. Die Crowd scheint aber auch für eine X-Souls-Sanusse zu sein. Ja, wirklich auch. Wir sind ja recht viel aus München da. Okay. Mo will definitiv die Verkauf nicht nachgehen. Er soll sich... Ich weiß gar nicht darüber... Er hat... Vor allem... Irgendwas hat er Geld. Ich weiß nicht was. Mach über diese... Ja. Oh, man hits. Loh-Fover zielt. Wieder ein Matchpoint für Macho Man Mo. Wie vor einem? Ja. Mal sehen, was er diesmal so macht. Alles das, was Cody so besonders macht, funktioniert nicht an Mo. Er drückt keine Knöpfe. Lässt sich nicht offen. Ja. Cody kann nichts aus den Fanfilms machen. Oh, das ist so ein neuer Mixer. Aber auch eine gute Art und Weise, da rauszukommen. Oh, keinen kann ich. Walk-up-Pro. Katschi. Ich verstehe das. Ja, die Ruhlflas. Umbringen wir sind zwar nicht, aber... Das ist es. Macho Man Mo hat es geholt. Ja. So, wen sind wir als nächstes? Ausgezahlt. Wer spielt als nächstes? Wer spielt als nächstes? Josh. Chris Brown gegen Josh. Ist das nächste Mensch? Chris Brown gegen Josh. Immer kurz. Chris Brown gegen Josh. Josh? Chris Brown gegen Josh. Komm gleich wieder. Ja, ja. Keine Schluss. Josh! Josh! Josh gegen Josh! Jetzt dürft ihr mich der Micha anschauen, bis die Leute kommen. Tut mir leid. Ja, ja. Oder auch nicht. Vielleicht. Ja, egal. So. Ich frage mich, wer mein nächster Gegner ist. Macho Man. Kann man es? Ja? Okay, gut. Anscheinend spiele ich danach gegen Macho Man. Gut, dass ich jetzt hier zugeschaut habe. Ist die Tür wieder offen? Nein. Okay. Den muss ich tatsächlich. Oh, Ohna! Es geht! Heiß! So. Hier habt ihr die Spieler. Josh auf Player One. Macho Man Mo auf Player Two. Ach, Macho Man Mo. Chris Brown, Alter. So. So will ich halbstechen. So. Gillette Abdi. In the house. Ist ja gut, der alte Gillette Abdi. Er ist Gillette Abdi. Hey, kennt ihr schon Gillette Abdi? Vielleicht sollt ihr einfach das Video streamen. Und ich nötige dann alle lustigen Videos mit ihm zu schauen. Ja? 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 Ja. So. Button check. Bei Josh und K-Dub. 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 Schauen wir mal, was K-Dub ist hier bei Amsterdam. Maeve hat ihn ja sehr stark dominiert, finde ich. Ja. Ich sag ihm auch immer. Er sollte geil spielen und nicht über Rio. Aber ja. Kannst nichts machen. Der Mann spielt, was er spielen will. Oh, kranker Christmas. Geht? Alles cool? Ja, ja. What up? What up? What up? Steve. Fast nichts. Ich wollte etwas Lustiges sagen. Mir ist nichts eingefallen. So. Ich konzentriere mich wieder auf das Spielgeschehen. Wobei ich eh nicht genau weiß, was passiert. Aber ich geb mein Becker. So. Josh mit Goki und K-Dub mit Evil Ryu. Mal schauen, ob er wieder auf Guy in die Feeds wegfummiert. Schauen wir mal. So. So. Geht los. Ja. Josh mit Goki geht ab mit Evil Ryu. Ja. Nino kannst du oben auch machen? Ja. Nino. Zeig dem Alex gleich den Scheiß-Goto oben. Zeig dem Alex gleich den Scheiß-Goto oben. Geht los. Geht los. Geht los. Geht los. Geht los. Irgendwer regt sich auch. Oh fuck. Jetzt hab ich kurz telefoniert. Weil es seine Hand lucht ab. Und es war ein schönes Passwort. Ja. Nicht sehr freilich. Wenn er jetzt nicht... Ja. Er ist der Runde. Ja. Ja. K-Dub. Vorhin war er noch im Winners. Vielleicht hätte er da mehr Confident spielen können. Weil er hat noch ein Leben gehabt. Jetzt den Losers ist natürlich schwer. Josh. Sehr stark. Damals man merkt, wie wohl sich Josh in der Meta fühlt. Hm? Man merkt, wie wohl sich Josh in der Meta fühlt. Wie oft er schon spielt hat. Gut. Ja. Guter Block. Ich kenn die Setup. Oh. Oh. Stark. 1-2 für Josh. Sehr starke Hunde von Josh. Ich bin gespannt, ob Chris Brown jetzt noch Guy wechseln wird. Ich, ich. Ja, so ein Guy ist stärker. Finde ich auch. Vor allem ist er auch ein unkonventioneller Charakter, weißt? Also, wenn jemand das Matchup nicht kennt, kann er damit strugglen. Okay. Kennt ihr euch das geile Matchup? Ich bin mir nicht sicher. Jaaaa. Jaaaa. Ich weiß ja davon. Jaaaa. Jaaaa. Ich weiß nicht, dass es ein Guy in München gibt. Zumindest keinen. Jaaaa. 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 Wen sehen wir als nächstes? Ich glaube auch. Jaaaa. Ich muss spielen. Jaaaa. 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 Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Also ich habe mich überhaupt nicht gut an. Das waren deine ersten zwei Matchups heute? Jaaaa. 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 Also. Ich habe es nicht gespielt. Meine Finger waren stark. Alles. Aber egal. Keine Ausrednis. Bis jetzt ein super Turnier. Ja. Zumindest war es gut gespielt von Josch. Von daher. Jaaaa. 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 Ich meine zumindest kann man ihm das dann nicht in den nehmen. Nein. Er hat super gespielt von ihm. Kann ich sagen. Er hat seine Würfe so gut eingegeben. Also mit Crunch Deck. Jaaaa. Ich meinte schon. Er hat irgendwie viermal deinen Crunch High Kick geworfen. Jaaaa. Jaaa. Jaa. Das war echt schlimm. Also das war echt gut. Deswegen meine ich also von deiner Performance. Weil die du für dich empfunden hast mal abgesehen, er hat trotzdem so dominant gespielt. Jaaaa. Nein. Er hat sehr sehr gut gespielt. Ich habe nicht gut gespielt. Das weiß ich. Also unter meinen Möglichkeiten gespielt. Das weiß ich schon, aber er hat sehr, sehr gut gespielt. Das muss man schon anerkennen. Okay, okay, jetzt haben wir Matchmanage. Wieso, ich gebe es sogar da in Ingolstadt. Das tut mir sehr leid schon. Nosa Sexy wollte er schneiden. Ich wollte schon schneiden, ja. Es geht schon los? Ich glaube nur, weil wir so gut befreundet sind. Deswegen wollte ich das schon. Ja, weil ihr gestern quasi Broughton nachgeschaut habt. Ich habe es genau gesehen. Ja, natürlich. Alter, das schaut sehr gut aus. Ja, Nosa Ex nominiert gerade. Ich glaube, der Standort aus kriegt doch auch neue Info, wo Yang gar nichts machen kann. Das ist sehr schlimm. Ja, er muss es fressen. Also er muss es blocken. Er muss es auch nicht. Nein, kann er nicht. Keiner seiner Normals zu tun. Nein, nein. Sehr dominante Erste Runde. Ja, sehr dominante. Ja, das stimmt. Yang hat zwar schnelle, auch weite Normals eigentlich, die weit gehen. Also Crouching, Short und Forward. Die gehen sehr weit. Und Standing mit Punch ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich glaube... Aber trotzdem gegen Art und Hard kick kann er nichts machen. Das Mensch, das er verloren hat, glaube ich, gegen Elina. Also gegen Josch. Ja. Das hat er in das U-Sers geschickt. Und da hat er genau das gleiche Problem. Okay. Elina hat Normals. Ja, ja. Wie er als Bogen kann er einfach viel weiter gehen. Ja, genau. Und da muss er adaptieren und kann nicht so spielen, wie er gegen alle anderen. Ja. Ey, Schieber, was geht man? Alles klar? Oh, diese Frasher. Ich glaube, er versucht zu upper cutten, aber er schafft es nicht. Ja. Und das wird... Dann und das sollte sein. Super. Ja, Ultron. Er hätte vielleicht noch den Focus machen sollen. Na, das ist zu wenig. Das macht nicht zu viel Damage. So. Gehen zu oben durch. Oh. Super. Kommt er zurück? Na, das war nicht die richtige Eingabe. Na, er kann aber zurückkommen. Er kommt zurück. Wow. Wow. Das ist cool. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hey. Ah, Eugenius ist noch im Winners. Ich glaube, er ist Winners Finals jetzt. Oder? Eugenius? Sollte Winners Finals sein, glaube ich. Ja, ich denke, er. Ja. Er hat zumindest nicht verloren. Genau, ja. Er hat noch nicht verloren. Ich hätte gern gegen Eugenius gespielt. Andererseits, da ich so schlecht heute spielen, bin ich eher froh, dass ich nicht gegen ihn gespielt habe. Kannst du ja gleich noch mit ihm spielen. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das ist einfach ein bisschen gut. Money Match ist nicht so mein Ding. Ich habe jedes meiner Money Matches bis jetzt verloren. Jedes, was ich gemacht habe, in meinem Scheißleben. Okay. Ja, ich habe doch heute Abend noch rausgekommen. Ja, ja. Gleich hoffe. Er hat noch nicht gegen Maeve gespielt. Er spielt als nächstes gegen Maeve. Das ist ein Problem. Ja, sehr. Es ist echt ein Problem für Adon. Wow, wow. Sag ihm, er soll mehr Standing Hard Kick machen. Ja? Ne? Sag ihm, er soll mehr Standing Hard Kick machen. Ja? Ja. Ist wichtig. Definitiv was. Das hat man gerade gesehen. Ja, man hat Sport. Er hat nicht zurückgeschraubt und hat Yang Hits bekommen. Ja. Und das darf nicht passieren. Das Einzige, was Yang wirklich drücken kann, ist Palm und das zu riskant. Ja, das ist zu riskant. Oh, gut zu zeigen. Auch der Erste auf Reaktion. Gott, wie der Punch hat Spanisch gemacht. Spanisch ist gut. Schade. Ja, gut. Schade gespielt. Also, beim Matchup Knowledge sollte ich glaube ich nicht schreitern. Nein, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Roger hat ja auch einen starken Gang. Also, wir kennen das Yang Matchup. Ja, deswegen bringt er wahrscheinlich auch diesen und schreien die Knoppen. Ja, ja. Ich finde das, wie Roger sich immer aufregt, dass Yang keinen Damage macht. Das ist immer so geil. Aber weißt du, du kannst keinen Knopf drücken gegen Yang, wenn er dich einmal hat. Er hat halt Kontrolle. Ja. Ja. Woon macht Damage und Yang behält von drunter. Ah, sehr schön. Ah, er hätte vielleicht einen Upper Cut machen sollen, das hätte er unter Umständen getötet. Aber auch so ein Matchpoint in the world. Entschuldigung. Nein, nein, das Erste hat Machumen. Erst 1 zu 1 zurück. Ist das 1 zu 1? Oh nein, stimmt. Entschuldigung, ich habe den Scroll nicht geupdatet. Und die Rede Blödsinn. Das Mix-Up ist sehr schwer zu sehen. Hey, bist du im April in München? Ja, klar, ich organisiere das mit. Ah, okay, alles klar. Ich bin schwer am überlegen, ob ich... Ja? Ja, ja, ich habe schon gesehen. Ah, ihr habt gegen gleich? Ja. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ich weiß nicht, soll er jetzt anfangen einen Meter zu bauen oder... Na, jetzt ist er zu spät. Ja, der Uppercut als Anti-Air zum Meter bauen wäre schon ganz gut gewesen an der Stelle. Ja, ja. Weil... Leider nicht. Ja, das war für heute, oder? Ja. Also... Ja, der Radio im Chat. William Burda kommt auch nach München? Ja, ich denke, dass ganz Deutschland da sein wird. Ja. Ja, ich glaube, ich werde auch kommen. Ich scheiße auf, ich habe eh keine Freunde. Ich wette mit dir, dass wir das beste Event außerhalb von Österreich. Ja? Alles klar, alles klar. Ja, das war auch mein erstes Auslands-Event. Okay. Ich bin ja jetzt sehr spät dazugestoßen eigentlich. Also, mag sein, dass du... Oh, sehr schön. Sehr schön. Der Standart kriegt der entscheidende Button dieses Matches bisher. Holt ihm den Sieg. Das zahlt nur so jetzt ganz gut, denke ich. Alien Burda ist in München. Warum bist du nicht da? Ja. München ist vier Stunden entfernt von Wien, glaube ich. Oder viereinhalb. Du meintest eben, du hast noch nie ein Money Match gewonnen. Ja. Beim... Beim Tribulation Derby... Ah, ich habe... ...bekommt jeder Dream Dollar. Ja. Der einen bezahlt. Und damit kann man Slipets machen, oder Money Matches, oder was auch immer. Ah, okay. Ja, aber ich habe das Prinzip von dem überhaupt nicht verstanden am Anfang. Also, jeder, der Eintritt bezahlt, bekommt Dream Dollar. Und am Ende gibt es Preise für den, der die meisten Dream Dollar hat. Ah, shit. Okay. Das ist in München dann? Ja, ja. Okay, okay. Das haben wir beim Bayern World schon gemacht und es kam richtig gut an. Da sind sehr, sehr tolle Sidebats entstanden. Ja. Leute, die normalerweise niemals wetten würden oder so, waren richtig Hype auch. Ich würde ja auch nicht wetten, aber ich habe vorher wieder Sidebats gemacht. Das habe ich auch verloren. Ja. Vor einem Money Match gespielt und Sidebats verloren, weißt du. Ja, aber es ist genauso Hype, aber es tut weniger weh, wenn es mit einer anderen Währung ist, die man sich kaufen kann. Dieser Betrag stimmt eigentlich. Die Idee ist eigentlich sehr gut. Ja, weil das Spaß bleibt ja vorhanden. Genau. Ja, ja. Sehr dominante Runde immer wieder von Noserex. Ich finde der Stand Hartwig von Yang ausgepackt. Ah. FLC Ultra, nein. Nichts ab. Reset. Ah, schöner Wurf. Ja. Guter Block. Noserex. Mensch mal Noserex. Wir haben ja einen neuen Nickname für Noserex. Wer der wäre? Noserekt, wenn er verliert. Ah, rekt. Ja. Oder, ja. Ja, okay. Aber das können wir heute nicht bringen, weil heute ist eigentlich ein Serious Van Damage. Also sehr, sehr Serious. Ne, und so gut wie er gerade spielt, wird das auch glaube ich jetzt passieren. Er darf, er muss geduldig bleiben. Das hat man gerade genau gesehen. Yang wollte Stand LK drücken. Ja. Und Adon, Stand Hartwig geht einfach drüber. Ich schläge den zu. Ich warte immer noch auf Crouch, Crouch von Super oder sowas. Ah, ja, ja. Auch schön das Miet. Nein, ich glaube er hat das absichtlich gemacht, den Meter weggebracht. Damit sich Jägen wieder mehr traut, weil er keinen Super hat. Und er weiß, dass er jetzt bald wieder, dass er gleich wieder Super haben wird. Ist ein bisschen overextended man. Ja, ja, genau. Er hat das absichtlich gemacht. Und wieder sehr dominant. Ich glaube nicht, dass er das abgibt. Er ist schon so verzweifelt, dass er Meter benutzt, um ihm Stand Hartwig zu bauen. Zumindest in der Hoffnung, ihn zu bauen. Ja. Was man gegen Yang nicht machen sollte, ist Crouch-Tacken. Wenn er dich in der Ecke hat, kein Crouch-Tack. Das hat er bisher auch sehr gut nicht gemacht. Ja. Also jetzt passt ein Hit noch, vielleicht ein Stand Hartwig und er kann schütten mit der Super. Ja. Oh, ich glaube die Frage geht an dich von Alien Buddha. Die Frage geht an dich, aber schauen wir uns das Match an. Ist schon sehr gut aus für Noserex. Und er holt sich. Wahnsinn. Da hat man gerade sehr deutlich gesehen, was Matchups für eine Auswirkung haben können. Mova einfach. Okay, okay. Hey Leute, ich... Okay, okay. Gut. Mova gerade gnadenlos überfordert, weil er das Matchup anders spielen muss als die anderen Matchups, die er sonst so kennt. Ja. Das war sehr, sehr gut gespielt von Noserex. Sehr geduldig. Maeve gegen Eugenius. Maeve Eugenius. Maeve Eugenius. Sheva jetzt spielt Maeve gegen Eugenius. Hält es... Hält es... Hält es... Hält es... Also ich erzähle viele Storys, aber mit Demolant und Dragon Ball Zoo Kissen nein, das war nicht ich. Hurt es... Hurt es um ein gruppe Team für Straßen und Internet. Doch Hurt es ist in einem nur keinenOU. Aber du hast nie genau gewusst wo sie ist und du dass es auch gegenseitig ist und passt in einem Prozess mit crying, wenn der da reinlacht wird. Es hat nur einen Hint aus. Hurt es Ihnen ein Bier holt. Danke. Welche Frage ging an dich, meintest du? Ich glaube, die... Dass die auf dem Brault geredet haben. Tiger Styles... Achso, achso alles. Ich habe geglaubt, das wäre so eine deutsche Bezeichnung für ihn, so wie Alter oder sowas. So ein Tigerherst, was geht? Nein, nein. So, Bester Frühe oder Bester Fein? Winners Fein? 5, 5, 5. 5? Ja, alle Feinde sind Bester 5. Alle Feinde sind Bester 5. Da hat der Maeve direkt tschüss, weil er Bester 5 gegen Eugen spielen muss, schade. Ja. Aber sag's ihm, Maeve. Hast du's mitbekommen gestern? Was denn? Beste Story. Weißkreuz war so am Rumschrauben in der Försterkabinette und jemand hat in der Bester 5 2-0 geführt. Und dann gab's ein 3-2-Comeback und Weißkreuz so, weißt du wie man das hier nennt, sag's ihm Maeve. Und Maeve so, man kann nur 2-mal Glück haben. Dankeschön. Von daher, schade, dass es ein Bester 5 ist, ne? Man kann nur 2-mal Glück haben. Ah, von dem her kommt... Von da kommt das? Okay, okay. Von da kommt das. Ich höre das schon den ganzen Tag, seitdem ich da bin. Und es wird definitiv auch ein T-Shirt kommen. Alter, sag mal Bescheid, wenn das T-Shirt da ist. Du bist... Bist du noch auf Facebook? Du wolltest das löschen? Ja, ja. Ja, ich brauche aber Spotify. Und dafür brauchen wir ein T-Shirt bekommen. Ah, okay. Prost, Mann. Prost. Wenn du zum Dreamolition-Durby kommst, dann bekommst du das T-Shirt von mir. Wann ist das? Ende April. Achso, das ist das in München? Ja, genau. Ah, okay. Hey, geil, geil. Dann bekommst du das T-Shirt von mir. Okay, dann muss ich ja glatt hinfahren. Ich glaube, dann muss ich ja glatt hinfahren. Alter, das ist so geil. Ich liebe das immer, wenn ihr da seid. Das ist immer so geil hier. Ja, wir kommen jetzt einfach immer. Jeden Saisonauftakt. Ich bin ja schon seit dem Partner dabei. Ja, das stimmt. Du und David sind jetzt immer dabei. Ja, die Namen sind vertauscht. Ah, habe ich vertauscht? Sorry, 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 sorry. Jetzt haben wir es. Ich glaube, Eugenius hat da gerade extrem den Matchup-Vorteil. Also, er hat einen sehr guten Trainingspartner. Mehrere sogar. Okay. Von wo kommt Eugenius eigentlich? Eugenius kommt aus der Nähe von Cancun, Nieder. Ah, okay. Halli Bell auch? Halli Bell kommt auch aus der Nähe. Wie gesagt, finde ich es echt schade, dass Halli Bell nicht da ist. Ja, ich weiß auch nicht. Ein bisschen traurig. Aber, naja. Wird schon seine Gründe haben. Ja. Zumindest haben wir mal ein paar, also nicht nur die, ja leider, nach unserem Ergebnis zumindest die besten Malensspieler aus Deutschland dabei, sondern auch mal einen der besten Fußballspieler. Ja. Mit Josch auch, äh, zwei der besten. Ja. Jetzt Robert hat gerüftschlagen. Oh! Es hat dann bis zum letzten Augenblick und hat dann runtergezogen. Ja. Last Minute getroffen. Nee, war nicht vorbereitet. Er wollte, er hätte weitercombo'n können, soweit ich weiß, oder? Nach EX. Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Dafür sind die regulär und safe. Genau. Aber da hat man auch gerade wieder gesehen, dass so Sachen, die in den meisten Matchups funktionieren, nicht klappen. Also, das war wieder so ein Beispiel, der Swing von Boxer. Ja. Einfach funnischbar. Für Claude zumindest, der genug Freundschaft. Ja. 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 Schöner R2R. Wollte sich mal rantasten. Die Konfirms. Gute Konfirms, ja. Und auch schwere Konfirms. Red Kofus hat leider nicht funktioniert. Das geht nur bei 4-Halos. Man muss es versuchen. Ja. Ah, das war ein Schöner-Kopf. 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 Ja. Eugenius wirft sehr gerne. Und er wirft sehr gut für mich. Also, er wirft immer richtig. Also, bisher zahlt. Er lässt einen vor allem darüber nachdenken. Genau, ja. Auf einer Range, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn gibt. Genau, ja. Und sobald man reagieren will und denkt sich, na jetzt wirft er, macht einen Karthrow, dann wirkt er eben Cosmic Heal. Und man kriegt mindestens 200 Damage und bekommt einen Save Chomp. Ja. Maeve haben wir überlegen. Ähm, darf nicht vergessen, das ist BO5. Mhm. Und er ist noch nichts verloren. Maeve hat bereits das Gesicht bezogen, also es hieß Besser Pfeiffer, aber das kann auch gut für ihn sein. Es kann auch gut für ihn sein. Es kann auch gut für ihn sein. Hat ja Zeit zu adaptieren und das kann er definitiv. Oh, das Angst. Oh, 2010 Mixer. Und natürlich taggt Eugene jetzt nicht so wie es sich gehört. Schöner Funnish für den Switch. Ich wünsch mir fast jeden Tag so sehr, dass ich schon viel früher angefangen habe, hätte mit Kampfschwung. Hast du das gesehen gerade? Es gab einen Throw-Tag und normalerweise kommt man da weiter weg vom Gegner, aber es gab einfach noch einen Throw, der getroffen hat. Achso, ja, das hat ihn in der vorigen Runde auch schon gemacht. Wahnsinn. Das ist genau das, was du meinst. Ja. Dann denkt man drüber nach und denkt, jetzt weg ich mal, ich will es noch mal gedorfen werden. Also Eugenius spielt Pair sehr clever. Ja. Sehr, sehr clever. Oben drauf ist ein netter Pair. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das sind alle in der XP, also die meisten? Ja, ja. Die meisten, ja. Aber ich finde es so geil, es ist überall gleich eigentlich, weil egal, wenn du dir jetzt Turniere anschaust, in den USA oder so, nach den Turnieren, die gehen in Bars, sie kaufen sich an. Ja, ja. Das ist überall gleich und das ist echt geil. Aber im Endeffekt sind doch die meisten die hinterwachsenen Männer, ne? Ehrlich gesagt. Es ist schon lustig. Ah, schade. Schade, da hat er gedroppt, aber... Der Einfall oder der Link vorbei. Ja, ja. Eugenius holt sich das zweite Match. Ja. Sehr, sehr dominant. Wenn auch nicht ganz so sauber wie das erste Match, aber... Ja, aber... Kann ich auch nicht sagen. Ja. Man merkt, Maeve hat sehr zu kämpfen mit sich selber. Er ist ein bisschen ratlos. Ja. Ja. Und generell, vielleicht merkt er da jetzt, dass er sein Charakter in dem Sinne sehr gut geht. Und vielleicht nicht... nicht so die beste Wahl. Ja, ja. In 2015, Street Fighter Ultra Super 4. Das stimmt, ja. Maeve hatte noch einen... besseren Profit Cody. Ja. Der kein Bad Spray eingeben kann, weil er die Eingabe irgendwie nicht kann. Ja, irgendwie sowas, ja. Eine eigene Aussage. Ja, ja. Ja. Das ist lustig, gell? Ja. Leute, Leute drücken den nächsten Scherz. Er drückt den Scherz aus den Kombos. Ja. Und dann kann er den Scherz nicht. Ich hab mit Diko letztes geredet. Ja. Die haben mich gefragt, warum er keine Kabel-Storios macht wie in den Kombos. Ja. Ich kann das nicht eingeben. Ich mein, ich wette erkannt, ja. Aber er hat es sich nie wirklich angezogen. Ja, ja. Das war's, ja. Das war's. Ich glaub die erste richtig verfehlende Runde gerade. Ich hab Dominiks Lacher gehört. Stimmt das? Ich seh ihn nicht. Das geht. Ja, manchmal muss man das einfach machen. Ja, ich hab meinen Tiefel bei der Nuss dabei. Schöner Konto. Ne, der ist auch sehr schwer zu antieren für Boxer. Weil er einfach so fügt. Ja, ja, stimmt. Ja, weil der Hit-Buck ist einfach so weit unten. Genau. Sie kriegt so früh. Boxer muss so spät rücken. Ja, Dominik ist Sascha. Ja. Der Master Rager. Der Mann hat so hart geraged gestern. Ja, ich bin froh, dass ich der erste war, der ihn besiegt hat und nicht der zweite. Also das hab ich grad noch nie gesehen. Overhead in Flipkicks zum Schütten. Ja, gute Idee. Ist ja nur ein Downcharge. Nur. Oh nein. Der Konto gedroppt wird trotzdem nicht super, weil Maid scheinbar nicht weiß, wie man darauf reagiert. Ist wieder geworfen. Noch ein Throw und erst die Sieg. Ja, doch nicht. Wow. Maid scheint komplett überfordert mit dem Match. Ich weiß nicht inwiefern, wie gut das für Boxer funktioniert. Wenn er runterkommt nach dem Wall-Dump. Fokus machen. Weil manche Charakterien verlagern ihren Schwerpunkt bei Fokus. Daher kann ich nicht mehr greben. Boxer bleibt gesiegt nicht stehen. Okay. Okay. Und das war's. Sehr, sehr gut. Aber, was ich dazu sagen muss, es ist gut, dass es nicht am besten Pfeif gescheitert ist. Also dann hätte ich Maid verstehen können. Njegos was spielt? Ich gegen Josch. Wow. Das war so ein Scheiß. Nächstes Match. Josch gegen Njegos. Also als nächstes haben wir Josch gegen Njegos. Eugenius ist im Grand Finals. Ja. Im Winners. Im Winners, genau. Ist jetzt Losers Finals? Das ist noch nicht Losers, das ist Loser Semis. Loser Semis, stimmt. Ja, das zweite Loser Semis. Ja, genau. Ja, ihr solltet das in Deutschland einführen. So, hey, was geht ab? Tigger. Ihr solltet das echt einführen. Ich glaub ich mach das hier, aber hier kommt das nicht so gut. Tigger, ich weiß ja nicht. Also, Tigger klingt für mich so nach Winnie Pooh. Alter, Tigger von Winnie Pooh ist der Beste. Ja, ja schon. Ich liebe ihn. Er ist einfach nur krank. Er ist nur krank. Also ich bin ja eher so ein IA Typ. Ah, okay. Er fährt so gechillt. Ja, ja stimmt. Er baut aber immer die dicksten Sprüche raus. Ja, ja. Zu trocken einfach. Ja, ja genau. Sehr, sehr trockene Homo. Ja. Und er isst und schläft den ganzen Tag. Ja, das hat seine Vorteile. Der lebt das Leben. Er lebt, ja. Er lebt. Ja, Bias-Kommentary. So gut ich lasse Alex's Gameplay bisher auch fun. Und der hat mich auch freut, dass er so viel Arbeit in das Terminier steckt. Wenn das Soto so weit kommt. Ja. Es muss einfach gerade für Josh sein. Ja, ja es ist okay. Es ist leider so. Es ist okay. Ich bin eh da. Ich bin eh für Moserich. Okay. Nein, ich bin... Hauptsächlich für gutes Gameplay. Für ein gutes Match. Ja. Das ist das Wichtigste. Und dafür müssen beide was tun. Ja genau. Egal wie sollte man ist. Egal wie hart man ist. Also hart heißt bei uns böse. Man ist angepisst. Man ist nach den Matches. Wichtig ist, du kannst noch immer zusammensitzen. Meiner Meinung nach. Meine Lieblings Stage. Ja. Und der Tokido Farben da hat da einen solchen Fall. Ja, ja. Das ist so wie der Tisch in 3rd Track. In der Stage. Ich weiß nicht wie der heißt aber... Ja. Das ist definitiv ein interessantes Matchup. Weil Gruppi mit Crouch Medium Kick seine Hitbox so nach unten verlagern kann. Ja, ja. Ja, ja. Low Profile. Ja genau. Ganz Low Profile. Ja. Ja. Ja, ja. Ich finde das ist einer der besten... Ja genau. Das ist einer der besten Anti-Erst überhaupt im ganzen Spiel. Egal ob... Vor allem mit Akuma mit Ultra Demon. Aber ich mache das auch mit dem Video mal. Ich mache auch Jump in Time, Crouching Medium Kick Demon. Ja. Aber die Super Demons haben nicht zu viel Impuls. Ja. Also da musst du halt aufpassen. Aber der Ultra Demon hat sehr viel Impuls. Im Gegensatz zu Super Demons. Ja. 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 Das war sehr sehr gut. Das war sehr klasse. Du wurdest nur so rekt. Oh wow. Mach den Leip, ich hatte den Ebelstatt. Ja. Er war sich sicher, dass ich es treffen würde. Ja. 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 Wenn in Dark harte Fahrtzug oder sowas. Ja. Ja. Genau. Oh, schade. Schon wieder. Ja. 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 Alle forcieren Stern und Drip in den H4-Karton verlieren. Ja, also, wir wissen schon, Jukits ja funktionieren halt auch nur, wenn sie unerwartet sind. Zu Wake Up ist meistens schlecht. Genau. Oh wow, wie viel mit der AP. Das waren drei Hardkicks, ne? Wobei einer nur mit einem Hit getroffen hat. Er hätte Red Fokus drücken sollen gerade, oder? Nein! Ja, niemand Punish. Nein, kein Punish, er holt sich das Perfekt. Er holt sich das Perfekt. Das war perfekt gemasht und damit safe off block. Wahnsinn! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber ich habe gewusst, der Mesh hat den Shoryo. Das war auch die richtige Reaktion. Man hat sich einfach gedacht, ja, es ist ein Punish. Nein, du musst es einfach probieren. Ja, genau. Warum blockst du, wenn du uppercut kannst? Genau, so ist es. Just do it. 1-0, best of 5 nicht vergessen, Leute. Best of 5? In Semais? Ach, Semais. Na ja, blöd, entschuldige. Wir sind ja in Semais noch. Bo3, Bo3. Deswegen kommentiere ich nicht alleine. Ja. Es wird ja auf Elena. Ich finde ihn spannend. Weil ich glaube, man hat eigentlich gesehen, dass er das Matchup sehr gut kennt und auf den Spiel. Ja, ja, genau. Er hat trotzdem verloren. Ja, ja, er hat nur die Kürze dann einfach gezogen. Ja, genau. Es war nicht so, dass er schlecht gespielt hätte. Das stimmt, ja. Ja. Aber vielleicht gehen wir auch etwas zu schauen, ob er auf das Matchup klarkommt. Ja, ja, genau. Wow. Das war halbe HP. Das ist mein Tiger. Ja. Mein Tiger. Fantastigerisch. Er darf jetzt nur nicht zu überheblich werden. Er muss geduldig bleiben. Ne, und ich glaube so wie er gerade spielt. Ja. Also, man sieht richtig, dass er einfach mehr kommentiert wird. Ja. Und was willst du tun? Ich kenne den Charakter seit 15 Jahren. Ja. So alt bist du nicht mal. Healing! Das war ziemlich erbärmliches Healing, glaube ich. Ich habe den Erech Apercut gerechnet gerade, aber... Ja, das Healing. Ah, die Leid hat er auch noch gemacht. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte No-Sag-I-Sunde sein können. Ja. Und damit das Match. Ja, unglücklich hergeschenkt, sagen wir mal so. Naja, aber noch ist es vorbei. Ja, es ist ja nicht vorbei. Leute sind hart in Gaming Room Zero. Das war ein Gazi-Hartkey. Weil sie hätte ja auch die andere Strecke eingeben können, die noch weiter geht. Aber trotzdem, der zweite Teil hat ja gewünscht. Oh, ist schön. Der war doch vorbereitet. Healing? Healing! Das hat nicht so gewünscht, das ist aufgestanden. Es war auch jetzt nicht so aus. Dann fassen Sie das auch in die andere Richtung. Und das war's. Und Josh holt sich das zweite Match. Da gleich ist Josh aus. Schade. Also ich hoffe, das beißt nicht an seinen Nerven, weil... Ja. Er hätte das Match holen können, aber... Ja, ja. Die zweite Runde war's. Ja. Ich meine, ich sag nicht, der ist gebrochen. Aber die zweite Runde war entscheidend jetzt im zweiten Match. Genau. Ich hoffe, er ist richtig. Ja. 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 Er hat so viel gehabt und das schafft er auch wieder. Ja. Wenn er sich jetzt auch verhindert. Oh, der... Oh, der... Oh, der... Oh, der... Oh, der... Oh, der... Ja. Schade. Da haben Sie, dass der Hacker hier... Ja, da ist er. Da ist er. Sehr schön. Er ist nicht auf die Overheads vorbereitet. Er ist nicht vorbereitet auf die Overheads. Die Overheads... Tut mir leid, da nichts zu sagen. Ficken ihn gerade so sehr. So trocken. Eben wurde er gerade zweimal von einem Low getroffen, weil er aufgestanden ist. Ja. Ja, das auch. Also ich glaube, er kennt die Animation nicht gut genug. Ja, ja. Um darauf zu reagieren. Oder er versucht zu raten, weil er nicht mehr reagieren kann. Das ist ja schon ein alter Mann. So alt ist es auch nicht. Ich bin ein alter Mann. Ich gehe auch stark auf die Overheads. Ach so, ja. Ich habe schon... Schöner Jump, will ich sagen. Aber es schaut sehr, sehr düster aus. Und das war's. Und da ist er tot! Die Elena Infinite. Und Josh hat es sich geholt. War wohl doch eine gute Idee, auf Elena zu wechseln. Ja, es war eine echt gute Idee. Aber das war... Du hattest es echt gehabt. Du hattest ihn. Ich glaube, ich hole jetzt Noserex kurz ans Mark, dass er übernimmt. Ja. Ja. Du hattest ihn durch? Ja. Willst du? Nein, ich will ihn nicht spielen. Das war echt gut gespielt. Das war echt gut gespielt. Richtig gut. Ja? Magst du noch nicht? Du kannst auch nicht bis ins Grand Final in deinem eigenen Turnier spielen. Ich bitte dich. Ja, das stimmt auch, ja. Du kannst auch nicht bis ins Grand Final in deinem eigenen Turnier spielen. Wir wollen hier, dass die wiederkommen. Dass die Leute alle wiederkommen. Dass die Leute alle wiederkommen. So seid aber höflich, ja? Ich bitte dich. Dom, Dom, magst du übernehmen kurz? Ja. 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 Prini, setz dich. Kommentieren. Ja, klar. Ich habe keiner mit dem Spiel. Ja, let's go. Ich übergebe jetzt mal am Prini. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier sitze. Weil du der Beste bist. So, das war gerade eben sehr gut. Ja. Ich freue mich für meinen Boy. Trotzdem muss ich sagen, es waren insgesamt... Und das haben wir vorher gesagt. Wir sind natürlich beide ein bisschen biased gewesen. Ich als Deutscher und der K. Brown als Österreicher. Wir wollen einfach ein gutes Mensch hin und das war es definitiv. Na, klar. Auf jeden Fall. Ich meine, alle Matches bisher waren ziemlich geil, also es ist ein guter Klopp ab bisher, die Stimmung hier ist großartig, auf jeden Fall, es ist super high, und ich meine, wir beide sind, ich würde gerne zwei Deutsche im Grand Final haben. Ja, ich erwarte auch zwei Deutsche im Grand Final, ich glaube nicht, also Maeve hatte schon mit dem Claw-Match Probleme, weil er das Matchabend richtig kennt. Maeve gegen Eugen war schon, das war hart für ihn. Ja, das war hart, man merkt auch, dass er nicht genug Matchabend hatte und ich glaube, das wird gegen Elena nicht besser. Ja, von daher sollten wir mal gerade die Kamera wechseln, pass auf, da geht's schon los, oder was? Dann können wir gleich mal mit dem Score. Ja. Ich denke mal, das Match wird es nicht einfach gehen, auch wenn Maeve ein Klassikspieler ist und richtig auf den Oberhead reagiert. Ja, aber gut, Nosahrex ist auch Klassikspieler. Ja, ja klar, aber das wird ihm nicht helfen, hat Nosahrex auch nicht geholfen. Ja, richtig. Aber auch hier ist wieder Best of Five, oder? Ist das Best of Five, oder? Ist das Best of Five, oder? Ist das Best of Five, oder? Und Josh trägt aber die Link, ne? Ja. Also, das ist halt, er hat halt die Execution. Ein einfacher Charakter, definitiv. Richtig, und Josh zeigt hier, er hat einfach die Execution. Ja. Dieses Mix-Up zu hart. Oh, der Overhead von Haskell. Und es ist, es ist tatsächlich so, dass Josh schon mal gemeint hat, sein Elner wäre so ein Gimmick für ihn, aber er spielt diesen Charakter legit gut einfach. Ja. Ich glaube, ich kenne keinen Deutschen, der diesen Charakter so gut spielt. Ich glaube, es gibt generell wenige, die diesen Charakter so gut spielen. Und man sieht vor allem, wie viele der guten Spieler Elner picken, weil sie eben so ein legit guter Kerl ist. Ja, natürlich, klar. Aber, es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt auch Monty, ne? Also, es ist halt dann, schau dir das an. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie gerade, äh, Nerfs sind, aber es sieht gerade sehr, sehr krass für Josh aus. Mein Nave glaube ich kaum, dass es Nerf sind. Stimmt. Oh, ne, 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 niemals. Eins für Josh? Das ist eins für Josh? Let's go! I don't know! He's like, yeah! Stay hydrated and hungry! Stay hydrated and hungry! Stay hydrated and hungry. Wir sind halt für zu2 von 2,5,5,5. Genau, let's go! Wir sind mit 2. Ich meine, es war... Zu habe ich ja klar, dass... Nosarex gegen Akuma das wesentlich besser Knowledge hat. Einfach, wer hier gute Akuma Spieler sind. Und es war einfach war ein guter Pick. Und es ist auch eine gute Wahl. Es zahlt so weit aus. Es ist Maeve wesentlich mehr gegen Berserl in der Runde, aber hier kommt der Overhead und direkt in die Kombo, Knockdown. Kommt er aus dem Pressure raus, aber muss Bar ausgeben. Nicht nur Bar, sondern er hat tatsächlich auch noch Damage bekommen. Ja, er hat White Damage bekommen. Er hat seine Chance ein bisschen Pressure aufzubauen. Er wollte den Overhead haben. Block den Overhead, einmal Brokrate, Brokrate, Brok. Eure Hände hoch im Nebenraum. Das könnte Punished sein. Nein, nein, nein. Hat sie Punished rein? Er nimmt den Link einfach. Ich glaube, er hat ihn nicht gedroppt. War ja keine Lust mehr, er hat ihn nicht so schlimm, der Headband. Ja, nein, so ein Plot. Man muss ja auch sagen, dass Josch auch schon gegen gute Bar auch gespielt hat. Ich glaube allerdings, dass Maeve noch nicht gegen so eine gute Inhalte gespielt hat. Richtig, das ist halt der Riesenfort, den er jetzt hat. Ja. Und schau's dir an, ich mein, das ist ein Kombo-Video gerade. Ja, man weint ihn nicht so genau. Also, manchmal kommt Maeve dazu zu spielen, manchmal nicht. Und er macht's echt gut. Er nimmt Maeve echt mehr hart. Und er readelt auch noch richtig. Der Punkt ist, Maeve ist ja wirklich ein grandios gutes Spieler. Ja. Nicht umsonst im Woogerswein. Richtig, genau. Aber jetzt wird's gerade ein bisschen kritisch. Er möchte's eigentlich nehmen, aber er hat noch ein Healing übrig. Nach dem Knockdown wird er wahrscheinlich healen. Healing? Jawoll, ja. Das ist so krass. Aber er ist wieder fünf Prozent und jetzt ein Overhead und vorbei ist. Weiß? Ja. Aber ein Throw, ein Throw. Ne, er blockt einfach. Er blockt einfach. Er blockt einfach. Es ist so solide. Er spielt so gut. Ja. Also, ich seh grad keine Lücke in Josh's Gameplay. Das ist der Wahnsinn. Nein. Josh ist einfach super solide. Ich hab's im Vorfeld gesagt. Ich hab's prophezeit, dass dieser Hunger Gas geben wird. Komm mal! Komm mal! Konzentrier dich! Komm mal! Komm mal! Komm mal! Komm mal! Komm mal! Josh meint grade, er hat noch nie so viele Overheads gebrochen wie grade. Ich glaube... Also, ich hab Gott Mayfurt und Zagat. Ich glaub nicht, er hat Angst vor Zagat. Ich glaube nicht als Deutsch, dass du Angst vor Zagat hast. Hat's nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hat Josh sich gegen den Mulan auf dem Bayern-Brawl-Spiel gespielt? Er hat gewonnen. Gegen seinen Zagat. Und Josh spielt selbst als Sub-Zagat im Ranking-Battle. Ja, und Elena ist ja auch sein Sub-Character. Ja, richtig. Dann können wir nachvollziehen, wie gut sein Zagat ist. Aber gut, Mayfurt bleibt bei Bayrock und versucht, dass Meckler was rauszufinden jetzt für ihn. Gute Wahl finde ich auch. Ich finde, er sollte sich auch konzentrieren, Elena zu besiegen und nicht irgendwie das mit einem anderen Kerl zu verbieten. Richtig. Er hat jetzt zwei Runden gehabt, um's rauszufinden und sollte einfach das Neue jetzt gewinnen. Genau. Aber Crash ist einfach krass. Ja, das ist die richtige Antwort. Er muss die Overheads von Elena punishen. Er muss der Headbutton an der Stelle. Aber gut, der EX so schnell und er kriegt so viel aus dem Overhead. Wenn man die Execution hat, kriegt man aus dem EX Overhead so viel. Dizzy. Ein Hit, ein Dizzy. Ein Hit, Stun. Nein, noch nicht. Doch nicht. Wahnsinn. Was ist da los? Stun. Das ist ein Hit Stun, das Uppercut. Ja. So machen wir es in Deutschland. Ja. 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 Nein, das war 3-0, das sagt mir gar nichts. Okay. Das war ganz kurz, ja. Dann haben wir Josch gegen Eugenius. Ja. Aber davon noch. lonely sau. Nurmal kommentieren. Kurze Announcement für euch, ne. Wir haben hier von den Dudes von Virtuolojo Bescheid bekommen. Wir dürfen sagen, kommt alle auf dem Relay momenayอ Spotútbol in München. 24. 至 26. April, bestes deutsches Turnier. Ich muss einfach so sagen, wenn ihr denkt, ihr könnt Josch schlagen, dann kommt er zum Derby. Und wenn ihr denkt, ihr könnt Eugen schlagen, dann kommt er hin. Und wenn ihr denkt, ihr könnt Oskar schlagen, dann kommt er hin. Wenn ihr denkt, ihr könnt Brini schlagen, dann kommt er ab, das geht nicht. Ja, das glaubt keiner. Also, checkt einfach Haldetsch, Haldetsch.org, Meeting & Matches oder einfach Facebook.com slash RKDreamsMunich und kommt das Simulation Derby. Verpasst nicht den Hype, den ihr wahrscheinlich beim Bayern Brawl 4 verpasst habt. Und jetzt ab wo Hype, wir haben jetzt hier Deutschland gegen Deutschland im Grand Final auf dem Van Damage 8.1 Pound of Flash. Hätte ich mal drum gewettelt mit ein paar Wienern. Richtig. Wir haben TR Eugenius gegen TSN Josch. Wenn auch nur wegen Bier. Ja, ich hab ihm ein Saxi im T-Shirt. Ja, ich hab ihm ein Saxi im T-Shirt. Ein Saxi im 2 Mal kann man Glück haben. Ja, 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 ja. Das kommt nicht. Okay, mein Lieben. Grand Vinales, Josch im Losers. Komm mal, LL, 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 LL. Die beiden spielen nur mindestens 500 Euro. Ja, ich glaube sogar die 500 Euro sind Pott-Bohnen. Ja, die 5 Euro sind Pott-Bohnen. Ja, die 5 Euro sind Pott-Bohnen. Ja, der 500 kriegt mindestens 500 Euro. Ja, genau. Und, let's go. Die beiden haben richtig hart dominiert im Bracket. Und, mal schauen, wer von den beiden jetzt oben rauskommt. Ja, Josch im Losers. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Also, 2 Sets gewinnen insgesamt 6 Matches. Correct. Ich meine, beide kennen sich, beide spielen gegen ihn noch. Ja. Das heißt, wahrscheinlich wird Eugenius auf LL besser klarkommen, als die Vorliegte von Josch. Und er zeigt es auch sofort. Ja. Und auch genau andersrum. Also, ich denke, dass Josch besser klarkommt auf LL besser als in der LL. Oh, und als er es dann? Der echter Dizzy, ich dran bin. Genau, richtig. Optimal. Ja. Aber das Problem ist, er kann fast nicht Akuma spielen, weil Eugenius wahrscheinlich Übung gegen den besten deutschen Akuma. Und vor allem Gerhard, der intensivste Trainingspartner von Eugenius ist eben auch Hallibert. Aber wie gesagt, noch nichts gesprochen. Wir haben gesehen, wie dominant Josch in seinen vorherigen Sets war. Ja. Beide haben so ein gutes Pro-Game auch. Oh, ja. Aber, oh, hat er fast nicht bekommen. Da war der letzte Hed immer vertroffen. Schöne Conversion aus dem zweiten Short, der da getroffen hat. Sieht aber generell nach einer sehr kontakten Messe aus. Weil die beide sich in der Range beschreiben. Genau. Ja, das hat gute Kombos. Man kann die Light Punches-Kombo, weißt du? Das ist ein Eid-Fail-Fail. Ich kann die... Nein, 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 nein. Ich meine nach Foto. Ach so, ja, ja. Oh, da hat er gewiffed. Aber kein Punch. Aber dann hat er die Kombo. Red Focus. Oh, nein. Keine Ultra. Keine Ultra. Oh, nein. Keine Ultra. Oh, nein. Keine Ultra. Oh, nein. Keine Ultra. Oh, da kommt Overhead und 1-0 für Eugenius. Ich möchte mal darauf hinweisen, wie packed das hier ist. Jeder, jeder hier ist auf seinen Füßen. Ja. Und zurecht. Besser wird's nicht, Burschens. Nice, da kriegt Josh die Kombo. Sauber. Ja. Liegt den Backdash. Ja, planisch, aber... Panisch ohne Meter ist natürlich schwierig. Ja. Aber du holt das. Seid schon? Nein. Oh, der Sweep so langsam, von dem Sweep gedroppt zu werden. Oh, nice. Da fang ich das. Oh, ich dropp die Kombo. Schade. Geeling holt sich. Ja. Geht auf knapp 50% jetzt. Sehr starker Vorteil für Josh. Schade. Schade. Oh, schön. Dr. Austin. Jetzt. Und Eugenius spielt sehr anders, als in den Matches davor. Also er traut sich nicht, dieses Blowing Club zu fahren. Eugenius spielt sehr defensiv. Er spielt fast einen traditionellen Weger. Ja. Er tendiert sonst sehr zur Offensive, aber jetzt gerade spielt er sehr vorsichtig. Und er holt sich Josh die Runde. Ja. Wir haben vorher in den Matches gesehen, dass Eugenius seine Team weniger respektiert und einfach nach vorne läuft, Karras drauf, läuft nacheinander. Richtig. Das kann er gegen Josh Stein dann nicht machen. Nein. Und ein wesentlich strategisches Match für die Eifelderikfolge ist. Es wirkt weniger nach Flowchart, es wirkt alles sehr überdacht, was sie tun. Er kriegt die Corner-Carry. Ist jetzt auf vollem Super. Da holt er mich hier nicht wahrscheinlich, genau. Über 50. Oh mein Gott, wie viele Schaden sind super. Absolut, absolut viele Schaden rausgeholt wieder. Oh ja, schöner Ball. Schöner Ball. War auch die perfekte Range dafür. Genau. Oh, da hat er... Guter Ball. Guter Ball. Guter Ball. Gut, hat er recht gerade gestraft. Das war der Appartee hat geschlagen, also. Das muss man wissen. Geling? Geling? Wir sind ja ungefähr ausgleichen. Nein, ich bin nicht. Wissen weniger ab, jetzt hier. Oh, hätte er panischen können wahrscheinlich oder? Oh, ja super! Ich weiß ja, wie ich es nicht. Ja, das ist ja. Ich habe hier. Glock Norbert. Oh ja. Oh er. Das kommt durch seines Lebensjahr. Jetzt kommt durch. Mit dem Mix-up kannst du entscheiden jetzt. Der Hofer ist 1-1. Das ist der Ausgleich. Doch weil Josch ist dem Loser. Man muss darauf hinweisen auch, es sind 10 Münchner hier. Wahnsinn. Und alle natürlich hinter Josch. Ja, also auch ich als Deutscher bin hinter Josch, weil wir waren, also Yudinius ist der Favorit gerade. Ja richtig, Josch ist der Underdog. Und Josch hat das verdient. Josch arbeitet so hart an sich. Yudinius ist ein Blatt-Bass-Weiß-Groter-Dig-Spieler. Und nicht mit beiden gönnen. Aber natürlich schlägt mein Herz für München. Oh man, da kriegt er wieder die Kombu. Er droppt ja einfach nicht erst. So sieht er gerade. Und auf unvergleichen Livestand. Oh, da schlägt er den Poke. Da schlägt er den Panisch-Versuch. Richtig. Das war die richtige Antwort? Oh, und er hatte keine Angst. Ja, keine Angst. Und der Schaden. Der Mann hat Eier in der Hose. Richtig. Guter Pro-Tag. Holt sich die Kralle wieder, ja. Oh, er hat's versucht, aber er hat's nicht ganz... War der Bildschirm zu kurz. Und er geht ein Stück zurück und schlägt den Kamerator noch versucht. Ja, ja. Oh, du Hype schon, weißt du? Ich hab nur schon mal den Kröser auf der 2, ja. Oh, und da kriegt er wieder die Kombu. Das ist so gut. Oh, wow. Entity-Cham-Blow. Und er wartet auf die Poke mit dabei. Er wartet auf die... Er wartet auf die... Ja. Oh, wow. Das war... Das war... Das war richtig gut. Nice. Er gibt da die Kombu wieder. Wieder rein. Das war mit Jump-El. Und er gibt die Kralle. Woah, okay. Das ist wie wieder auf Max-Range. Yuzin ist das derige Gegner. Waren überrascht, was Yuzin jetzt alles tut. Und... Josh... Josh kommt richtig hart aus gerade. Ja. Es sieht gerade richtig gut für Josh aus. Wahnsinn. Das macht ihn richtig gut. Wahnsinn. Let's go, Josh! 2-1. Ja, aber Elena ist doch ein Gimmick-Charakter. Wie kann der denn in Familie gewinnen? Das geht doch überhaupt nicht. Ja. Leute... Leute vergessen halt, dass... dass dieser Mann Execution hat. Ja. Er kriegt... Nicht... Ja, Josh... Josh ist am twittern gerade. So viel gratis gab's noch nie. Josh schreibt gerade... Josh muss gerade mal gucken, für was er sein Geld ausgeben möchte, wenn er gewinnt. Sag mal, Mama. Wie viel kostet nochmal diese Playstation 4? Für Guilty Gear? Genau. 3 der 50 sagst du? Ja, kein Problem. Ich empfehle. Okay, let's go. Wenn Josh das gewinnt, hat er das Bracket im Reset. Ja. Vielleicht würde es dir diese auch helfen, wenn er einfach ein bisschen wieder offensiver reingeht, aber vielleicht traut er sich einfach nicht. Josh sieht einfach gerade so dominante auf. Ja, oh da, Schalder hat er... Ja, er hat mit der... Garantiert mit dem Light-Banker gewählt, ne? Was an der Stelle auch 5 gewinnt, ne? Aber er kriegt wieder die Combo. Ja. Nein! Schalder ist im Chat und wünscht sich seinem Bruder als Beste. Nein! Es trifft nicht, weil Elena so folgendes springt. Kann er nicht punishen, leider. Aber jetzt... Jetzt... Jetzt Eugen wieder ein bisschen hier am... Oh, aber... Direkt in die Ecke. Healing! Wow! Oh, Light-Focus! Das war... Oh, aber nicht rausbekommen! 3 Meter weg, mit 2 Meter weg. Haufen Schaden. Position verloren. Aber das ist noch nicht vorbei. Nein. Hat noch den ganzen... Oh! Kein Punish! Der Abbackhunt war ein bisschen spät. Er hätte ihn direkt nach dem Light-Kick-Jump-In machen können. Let's keep up! Shabba im Chat, schaut aus. Der Zwillingsbruder von Eugenius. Ja, schaut aus auch an Alien-Bruder, andere Münchner. Ja. Wahnsinn! Die Defense von Josh gerade, der absolute Hammer. Josh ist bereit. Ich bin sicher, ich bin hundertprozentig sicher. Er hat damit gerechnet, dass er irgendwann für Diniz besiegen muss in diesem Turnier. Und er hat sich alles gegeben, was er wissen muss. Ich denke, das ist auch das Grand-Files, das sie sich gewünscht hat. Richtig. Ich habe mit Eugen geredet, er wollte das Match haben. Er wollte gegen Josh spielen. Oh, aber jetzt... Schade. Er kommt zurück, da kriegt er die Runde. Ja. Der Nukel fies gerade für zwei Hits, um die Fingers an der Kaput zu machen. Richtige Antwort von Josh, aber der war gerade, schaut das von Eugenius. Oh, da geht er leicht drüber. Ja. Panisch mit Wurf. Eugen hat wieder souverän gerade. Offensive gestartet und es läuft wirklich was, als wenn er versucht hat zu clone. Ja, ja. War am Anfang kontrolliert, hat es vielleicht genutzt. Also auch, dass er im Winners bracket ist genutzt, um so ein bisschen rauszufinden, wie Josh jetzt gerade spielt. Das ist Eugens Playstyle. Eugen spielt Vega in your face. Und das ist genau das, was er machen muss. Er muss an Josh dran stehen und ihn pressuren. Und dann kommt die Combo und wahrscheinlich der Healing. Healing. Auf 50% zurück. Healing. Ja. Und der Redfuckus. Wieder. Aber wieder. Er hätte beides Male eine Ulrike bekommen raus. Und ohne Meta wieder ist der Panisch schwierig. Genau. Und jetzt muss Josh gucken, dass er hier langsam die Pressure oben hält. Er ließ Schadenleife. Healing ist weit weg. Oh, da muss der Panischen. Nope. Oh, egal. Nice. Okay, noch ist alles drin. Schade. 2-2. Match Point für Eugenius. Ja, noch nicht ganz. 2-2, oder? Es ist 2-2, aber noch hat er keine Runde gewonnen. Okay, Match Set. Ja. Wie viel ist das gewinnen? Dann sind die 500 Euro sicher. Beide gehen direkt wieder rein. Die wollen keine Zeit verlieren. Die sind beide richtig heiß jetzt. Ja. Und hier. Eugenius starts and starts and throw game. Was ihn so gut diese Gleise hat im Laufe dieser Brackets. Und was ihn effektiv auch sehr dazu verhäufelt, dass er gerade gewinnen hat. Genau. Richtig. Oh, schöner Funnis. Gewürzt den Oberheiz gerade. Und Eugen gerade ist er zurück. Sehr souverän. Er nimmt gerade das Tempo sehr aus Josh Spiel raus. Dann hat er auf eine Klose blocken. Ja, weil Josh bisher dann gewechselt hat in den Oberheiz. Ja, ja, okay. Nice. Oh, nice. Dann kriegt er den Pro. Jump in. Halt Ecke. Oh, Kapanisch steht im Wurfversuch, aber leider gedroppt. Und wieder zurück in die Ecke. Es geht hier und her gerade. Die beiden schenken sich rein gar nichts. Das ist unglaublich. Und jetzt muss die... Ist davon gekommen wo? Healing. 75% AP. Healing! Nice. Und da Jump in. Geblocked, Pro. Schöner Jump, Re-Corner. Sehr clever. Oh, aber da holt er sich einfach mit dem Pro. Trotzdem. Beide an einem Meter. Ich frag mich auf der Red Fokus kommt jetzt raus. Das könnte die Killkommung sein. Und da, er hat Josh den Matchpoint für das Reset. Ja. Wenn Josh diesen Match gewinnt, dann sind beide im Hübe. Und damit ist nur noch ein First of Five. Noch ein First of Five. First of Five. First of Five. Ah, schöner Panisch. Den haben wir schon mal gesehen. Richtig saftiger Schaden. Aber der falsche Panisch gerade von diesem. Oh, aber nein. Hat die beiden eine Bar gekostet. Richtig. Das sieht sehr souverän aus gerade. Wir sind... Jetzt, jetzt, jetzt will Josh den einen Nocturne haben für Healing. Ah, er versucht... Oh, beide Wippen, aber ihr Throws. Ja. Aber die Dinos versucht wieder das, was... Was den bisher... Oh nein. Da hat er... Da hat er die Combo. Healing. Jawohl. 30% ungefähr. Overhead. Dropped die Combo hier nicht. Optimal. Und wir schauen mal was jetzt kommt. Uppercut. Jump in. Jawohl. Cross up. Aber aus der Ecke raus. 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 Zumindest... Wenn Josh das passiert, ist das zunimmt. Er muss nicht zumindest gerade seine Chance erkaufen. Richtig. Er muss... Er muss jetzt sein letztes... Er muss das letzte Selt sich jetzt erkaufen. Er muss jetzt zeigen, dass er diesen Charakter besser spielt als alle erwartet hätten, die in diesem Raum stehen. Da war der Effekt und der Cosmic Keeling. Das schöne Milch hatte. Wie die ich ihm super jetzt. Aber er wird wahrscheinlich nicht das Gimmick versuchen. Er weiß, Josh weiß, wenn er es tun muss. Ja. Aber das ist ordentlich Damage. Das ist ordentlich Damage. Keeling und Deck. Trotzdem sind PSI 4 Bars sehr entscheidend dafür, dass hier drin jetzt überhaupt Panischen schaffen. Ja. Oh, jetzt. Und das... Oh. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Er blockt den Overhead. Der dritte Overhead. Oh mein Gott. Nein. Und da gewinnt... TRU Genius gewinnt das 1 Damage. 8.1. Applaus für die beiden. Es war richtig, richtig gute Street Fighter. Richtig, richtig gut. Das war wahnsinnig Hype. Ja. Ich hätte Suja in letzter Zeit gesehen, auch wenn ich es Josh gegönnt hätte. Ja. Trotzdem, wir sind alle hier um ein gutes Street Fighter zu gehen. Und ich habe noch nie so viele Leute auf dem Wüsten gesehen, auch in den letzten VDs wie jetzt hier. Ja. Die beiden Jungs. Ist auch für die Wiener denke ich mal ganz spannend. Einfach mal nicht ihre Leute zu sehen, sondern andere, deutsche Street Fighter. Ganz fette Props. Ja. Ich glaube als nächstes im Baum ist Exert. Ja. Exert. Zehn Minuten. Zehn Minuten Pause und dann kommt Exert. Top 6 oder Top 8. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Top 6. Denke ich ja. Genau richtig. Da kann ich gar nichts zu sagen. Also bin ich jetzt raus. Deswegen, wir sind essen. Wir sind raus. Habt Spaß im Rest des Turniers. Und yeah. Let's go. Ich lass euch zuschauen.